Wie geht es euch? Es ist so klasse, im Haus Gottes zu sein, nicht wahr? Ich höre euch nicht, aber okay. Die Masken stören euch. Aber du bist ein Glücksbild, da du unter den bewussten, unterachtsamen und glaubenden Menschen bist. Du hast ein Riesenglück, dass du in der Gemeinde bist. Amen. Wenn du derjenige bist, der jetzt gerade vor seinem Fernsehbildschirm da sitzt, das ist gut, du bist gut. Aber komm lieber her, wenn du in Nürnberg oder in Fürth lebst. Die Bibel sagt uns, du sollst das Bessere gebrauchen. Es ist gut, daheim die Predigt anzuhören, aber es ist besser, das in der Gemeinde. Das kannst du durch nichts austauschen. Wir haben heute das Abendmahl. Und durch den Fernseher kann ich dir, glaub mir, kein Abendmahl geben. Halleluja. Maler Salm, seid ihr bei uns, mit uns. Gott segne euch dort, unten und oben. Und wir sind hier in der Gemeinde, die keine Panik predigt, oder Ängste, oder irgendwelche Verschwörungstheorien, oder andere Dinge. Wir sind in der Gemeinde, wo der Glaube gepredigt wird, die Hoffnung und die Liebe. Amen. Das ist ein Kanal der guten Nachrichten. Hier ist der Kanal der guten Nachrichten. Also, расслabь dich. Deswegen entspann dich. Halleluja. Amen. Timmst du ein Riesenglück. Und das, was wir hier bekommen und was wir hier hören, ist nichtbezüglich. Das ist unschätzbar. Vielleicht, wenn du irgendwann mal in den Himmel gelangst, dann wirst du es erkennen. Aber es wäre nicht schlecht, schon hier auf der Erde das zu erkennen. Und keine Möglichkeit zu verpassen, hier dabei zu sein. Du hast vielleicht gemerkt, dass aufgrund dessen das ganze 2020 waren wir nicht in den Depressionen oder in den Ängsten wie alle übrigen Menschen. Amen. Und wir haben gute Lehren aus 2020 rausgenommen, und rausgezogen. Ich habe gute Lehren für mich gezogen daraus. Amen. Amen. Und der Herr hat die Menschen getestet. Testiert seine Kinder. Der hat seine Kinder getestet. Und das war toll. Und das wird auch weiterhin geschehen. Denn der Herr sagt, dass die Zeit des Gerichtes fängt mit dem Haus Gottes an. Und diese guten Lehren hat uns genau 2020 vorgegeben. Aber du hättest sie nicht einmal bemerkt, wenn du nicht hier dabei wärst. Und wer wärst dann niedergeschlagen und depressiv und hättest gedacht, hoffentlich ist dieses Jahr bald vorbei. Aber du bist ein Glückspilz, weil du in der Gemeinde Gospel-Zentrum Alpha und Omega bist. Amen. Und kannst du dich erinnern, wo ich auf dem letzten Gottesdienst in 2020 gesagt habe, dass das Datum im Kalender nichts verändert. Tatsächlich ist es auch so. Es hat sich absolut nichts geändert. Weder aus politischer noch aus medizinischer Sicht. Die Situation ist nach wie vor so, wie sie ist. Aber derjenige, der für sich Bilanz gezogen hat, von dem Jahr 2020, der ein prophetisches Wort bekommen hat, wenn du sehr aufmerksam war, dann hast du dieses prophetisches Wort gehört, das ich auch gesagt habe. Ich denke, das war vorletzter Gottesdienst. Heute werde ich ein wenig davon reden. Wir haben eine wundervolle Fasten- und Gebietswoche gehabt. Alle sind schöner geworden und ein bisschen schlanker. Lass uns noch mal eine Woche machen. Sie sagt, okay, lass uns mal es machen. Mолодец. Okay, super. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, хватit. Vielleicht lieber nicht. Das ist genug. Ein wenig haben wir uns abgeblasen. Amen. Mir hat jetzt das Thema von dem Jugendgottesdienst gefallen. Vertraue mir. Vertraue mir. Aha, vertraue mir. Also vertraue mir. Weißt du, dass auf einem Geldschein, auf einem einzigen Geldschein aus der Welt steht geschrieben, in God we trust. In God we trust. Vertraue Gott. Ja. Ich setze mein Vertrauen auf Gott. Wir vertrauen Gott. Es gibt so einen einzigen Geldschein in der Welt. Das ist ein Dollarschein. Die Gründer der Amerika haben beschlossen, auf ihre Geldeinheit zu schreiben. Wir vertrauen Gott. Sie haben ihre Kraft, sie haben ihre Hoffnung gelegt auf Gott. Und sie haben somit ihr Vertrauen ausgedrückt auf Gott. auf Gott. Schau her, es gibt viele Ökonomien in der Welt. Ja, verschiedene Regierungswirtschaften. Und jeder Staat hat seine eigene Geldeinheit. Aber keine andere Valute, also Geldeinheit hat sowas. Und andere Länder sind nicht auf diesen Gedanken gekommen. Sie haben ihr Vertrauen gesetzt auf ihren Wirtschaftswachstum. Manche Länder haben ihr Vertrauen auf Öl gesetzt. Und jetzt? Aber keine andere Geldeinheit kann sich vergleichen mit amerikanischen. Das ist die Welteinheit Nummer eins. Die stabilste Währungseinheit in der Welt. Egal, wer was dazu sagt, das bleibt die stabilste Wirtschaft in der Welt. Die Ökonomie von den USA. Das ist das fortschrittlichste Staat in der Welt. Aber als sie ihren Staat gegründet haben und haben diesen Eindollarschein gedruckt, das war keine fortschrittliche Ökonomie. Die fing gerade, sich weiterzuentwickeln. Und diese Menschen haben schon damals ihr Grund, also ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Durch was misst du deine Kraft? Oder benennst du? Das ist eine entscheidende Frage. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche schönen Phrasen in Gott von euch hören, dass ihr eure Kraft auf Gott setzt. Ich glaube, dass wir so gewohnt sind, das so zu antworten. Aber lass uns mal das prüfen für uns selber. In was oder auf was vertraue ich oder setze ich meine Kraft? Wenn du aufmerksam warst, dann hat dieses prophetische Wort genau darüber gehandelt, über die Kraft. Das Jahr 2021 wird ein Jahr der starken Menschen sein. Das wird ein Jahr der starken Menschen sein. Das ist ein Jahr für die starken Menschen. Und es ist klasse, dass du hier bist, dass du es hören kannst und dich vorbereiten kannst. Ich kehre wieder zurück zum Dollar. Gott erhebt es oder baut es auf, was ihn preist. Wenn Gott sieht, dass dein Leben ihn preist, dann baut er es auf und erhöht es. Wenn Gott sieht, dass die Ökonomie ihn preist, dann baut er diese Ökonomie auf. Und es ist eine interessante Sache, dass Gott das stabil macht, stabil, er macht das stabil, wenn du ihn preist. Und das funktioniert in jeder Sphäre. Wir haben schon öfters mal gelesen, dass diejenigen, die auf Gott vertrauen, werden sich in der Kraft erneuern. Ich denke, das war Isaia 40. Schau her, wo die Kraft verborgen ist, die auf den Herrn vertrauen. Schau her, Hoffnung, Vertrauen ist gleich Kraft. Unser Thema ist ja hoffnungsvoll. Wir machen weiter damit. Hoffnung geht nicht ins Leere. Sie lässt dich nicht weiter hoffen. Diejenigen, die vertrauen, die werden in der Kraft sich erneuern. Ja, 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 ich bin glücklich darüber. Ich weiß nicht wie du, aber für mich ist es eine Offenbarung. Das ist eine tiefe Wahrheit. Das ist Praxis, was jeden Tag meines Lebens ausfüllt. Die, die auf den Herrn vertrauen, werden sich in der Kraft erneuern. Sie werden ihre Flügel wieder aufheben. Sie werden gehen und werden nicht büte. Sie werden laufen und werden nicht matt. Und 20 und 21 und 22 und 23. Ich entscheide mich, so lange zu fliegen, bis der Herr kommt. Weißt du, dass die Adler Fähigkeit haben, sich zu erneuern? Ja, sie fliegen auf einen hohen Berg und fangen an, sich zu reinigen. Und plötzlich kommt daraus ein ganz junger Adler. Ich denke, der Prozess dauert ungefähr ein paar Monate lang. Aber er erneut komplett seine Feder, Pracht. Und dieses Bild gebraucht der Prophet Jesaja. Und noch eine tiefe Wahrheit. Willst du die Stabilität haben, dann preise ihn mit deiner Sphäre deines Lebens an. Ich möchte nochmal unterstreichen, das funktioniert oder wirkt in allen Sphären deines Lebens. Wenn du Stabilität in deiner Ökonomie möchtest, dann musst du mit deiner Ökonomie ihn auch preisen. Wenn du Stabilität auf der emotionalen Ebene haben möchtest, dann musst du ihn auch emotional preisen. Wenn du Stabilität in deinen Beziehungen haben möchtest, in der Ehe, dann musst du ihn genau mit dieser Ehe preisen. Schau her, es gibt Menschen, die haben eine finanzielle Stabilität, aber haben keine Stabilität in der Ehe. Heute gibt es Millionen von Menschen auf der Straße. Das ist deswegen, weil sie Gott nicht in ihrer Ehe gepriesen haben. Vielleicht haben sie in ihrer Ökonomie gepriesen. Diese Sphäre ist geschützt, aber die Sphäre der Ehe ist nicht geschützt. Und so ist es in allem. Und Gott erbaut das, genau das, was ihn preist. Deswegen, wenn du eine stabile Ehe haben möchtest, dann sollst du ihn auch darin preisen. Und wir brauchen alle die Stabilität. wir brauchen alle Stabilität in dieser unstabilen Welt. Überall brauchen die Stabilität. Ich werde heute über die Pfeile oder die Pfeile über die Pfeile leeren Säulen. an solche Säulen, die du alles bauen kannst. Du kannst auf so eine Säule dein Leben draufstellen. Du kannst deine Ehe drauf aufbauen. Du kannst dein emotionales Leben draufbauen. Deine Ökonomie draufbauen. Sogar die ganzen Staaten können seine Ökonomie aufbauen. Wie wir das durch den Dollar sehen. Gott wird das aufbauen, das erheben, das, was ihn preist. Möchtest du das auch? Möchtest du ein stabiles Glück haben? Also ein stabiles Glück. Das ist nicht dieses Glück, was von der Sonne abhängt oder davon, ob deine Nachbarn dich angelächelt haben oder nicht. Das hängt absolut nicht davon ab. Man soll mich heute hassen dafür, es können mich alle hassen heute dafür, aber ich werde trotzdem glücklich sein. Und wieso? Weil es gibt eine Säule in meinem Leben, ein Grund, eine Basis für mein Glück. Und es hängt nicht von der Sonne ab, sogar nicht von meinem Befinden, nicht von den Situationen, nicht von den Menschen um mich herum. Es gibt eine stabile Basis Fundament. Willst du so ein Glück haben? Weißt du, ich bin lange zu diesem Glück gegangen. Und ich wusste, wo ich mein Glück bekommen kann. Immer. Und ich habe ihn immer bekommen, aber verlor es, aber verlor unterwegs. Du bekommst das Glück von Gott, dann triffst du die Menschen, hast ein paar Gespräche geführt, und das Glück verschwindet, wie eine Luftblase. Und dann kam diese Offenbarung, was das Glück gibt, aber auch das, was ihn festhält. Weißt du, wichtig ist es, nicht nur ihn zu bekommen, sondern auch festhalten zu hier ist Säule, eine Offenbarung. Die Bibel sagt überhaupt nichts über Glück. Es gibt das Wort Glück selber nicht in der Bibel. Es gibt Glückseligkeit, das ist sogar noch stärker. Das ist die höchste Form des Glückes. auch ist die Bibel voll von Freude, die spricht von Freude. Und Glückseligkeit und Freude ist das Glück. Deswegen ist die Bibel voll von Offenbarung über das Glück. Lass uns mal 1. Korinther einschalten. 13, 13. Wir müssen das alle auswendig wissen. Was bleibt aber sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Aus irgendeinem Grund ist das in der russischen Bibel alles fraulich. In Russland. Da sind die Namen von Frauen. Es gibt hier keinen einzigen Mann. Es gibt in Russland drei Namen, aber alle Frauen Namen. Das heißt Glaube, Hoffnung und Liebe. Genau so. Und in deutschland. Sprache gibt es leider nicht. Die sind nicht darauf gekommen. Und hier steht auch geschrieben, dass die Liebe das größte von ihnen ist. Aber diese drei sind da. Sie sind gegenwärtig. Ohne diese drei ist das Glück unmöglich. Wenn du so nennen möchtest, das sind drei Säulen. Für das Glück. Für ein glückliches Leben. Und das erste ist der Glaube. Wieso ist der Glaube an der ersten Stelle? Weil der Glaube ein Motor ist. Und du fährst los. Hast du keinen Glauben, stehst du und stehst stehen. Und dein Tank ist leer. Es gibt keinen Sinn, weiter zu fahren. Es gibt keinen Glauben. Es gibt keinen Sinn. Nicht Glauben ist das Leben. Und Glaube ist immer gegenwärtig. Glaube ist immer in der Gegenwart. heute. Die Hoffnung ist immer orientiert auf morgen. In die Zukunft. Schau mal hier. Vielleicht hast du davor den Unterschied nicht gewusst. Vielleicht hast du gedacht, Glaube Hoffnung ist dasselbe. Nein, 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 Glaube ist heute, Hoffnung morgen. Es sind verschiedene Perspektiven. Der Glaube führt dich ins heute. Ich weiß es heute. Ich bin heute überzeugt an das, was ich nicht sehe. Aber die Hoffnung führt dich über die Grenzen von dem heutigen Tag. Und das dritte ist die Liebe, die das das in eine Vollkommenheit zusammen schließt. Und ohne die hat der Glaube keine Kraft. Und auch die Hoffnung hat keinen Sinn ohne die Liebe. Schau her, Galata 5, 6, 6. Wenn mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Glaube, der das sich in den Taten der Liebe zeigt. Glaube ohne Liebe hat keine Kraft in Christus. Das ist Fanatismus. Aber nicht der Glaube, was man braucht. Der Glaube, der durch die Liebe sich leiten lässt, das macht Sinn. Und du wachst in der Früh zum Beispiel auf, sobald du aufwachst, du sagst, mein lieber Papa, guten Morgen. Jesus sprach über Gott wie über einen Vater. Er ist der Erste, der Gott als Vater gezeigt hat. Weißt du, alle Religionen der Welt wissen über Gott. Alle normalen Menschen erkennen den Gott als ihren Schöpfer, als ein geniales Gehirn, ein Wesen. Aber nur Jesus kam und sagte aber. Er sagte Papa. Er zeigte den Menschen den Gott als Vater. Dann sagte er, ich, Vater, sind das eine, wir sind eins. Die jenigen, die mich gesehen haben, haben auch den Vater gesehen. Er hat immer jedem über seinen Papa erzählt. Seine Kraft steckte im Papa. Du brauchst eine Offenbarung über den Papa. Dann kommt diese Liebe. Jeden Morgen. Papa, du bist hier und ich bin hier. Halleluja. Und dein Motto, dein Tank ist bereits gefüllt. Der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Der Motto Mose sagt, bis zu dieser Stelle hat uns Gott geholfen. Schau her, wir sind jetzt in 2021 reingekommen und der hat bewiesen, dass er an unserer Seite steht. Amen. Du kannst vielleicht sagen, was habe ich davon? Wo ich vorher keinen Mann hatte, habe ich heute immer noch keinen. Haus an den Kanaren habe ich heute auch nicht. Und irgendwie schaut alles so aus, wie es vorher war. Lass uns mal in Markus Kapitel 10 reingucken. Die Verse 29 und 30 Jesus antwortete, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, Kinder und sein Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfach zurückerhalten, Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz, all dies wird ihm, wenn auch mitten unter der Verfolgung gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Oh, Jesus. Weißt du, davor sagt noch der Petrus in dem Vers 28 Da fing der Petrus zu Jesus zu sagen, aber wie ist das nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind dir nachgegangen. Hör zu, dieses Wort. Alles. Alles. Hörst du das? Alles. Sag mit mir alles. Noch mal, sag mit mir alles. Du gehörst nicht in diese Kategorie. Nein, nein. Begreifst du den Unterschied? Petrus sagte, wir haben alles zurückgelassen. und sind dir nachgefolgt. Und so einem Menschen, sagt Jesus, sie haben in Wirklichkeit alles aufgegeben. Die alle sind umgekommen um Jesu Willen, außer dem einen. Johannes, der Einzige, der seinem normalen Tod gestorben ist. alle anderen sind umgekommen wie Märtyrer. Und sie haben ihre Seele nicht lieb gewonnen, sogar bis zum Tod. Sie haben alles aufgegeben, sogar ihr Leben. Aber Jesus garantiert ihnen hier etwas? Und Jesus sagte ihnen jeder, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder, seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiter zu sagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfache zurückgehalten. Er sagt, wahrhaftig, sage ich das zu euch. Er sagt, wenn er sagt, wahrhaftig, dann ist es die Wahrheit. Mein Thema heißt heute eigentlich nicht umsonst. Nicht umsonst. Nicht umsonst. Nicht umsonst. Nicht umsonst. Halleluja. Halleluja. Amen. Jesus sagt, ich versichere euch, wahrhaftig, dass niemand, der wegen mir etwas zurücklässt, materiell, ein Haus, dann seelische Dinge, zum Beispiel Beziehungen, die haben sich auf eine bestimmte Art und Weise etwas entzogen, was sie hätten haben können. Petrus hatte eine Frau. Woher wissen wir das? Weil er hatte eine Schwiegermutter gehabt. Manche sagen, Petrus hat deswegen Jesus verraten, weil er seine Schwiegermutter gehalt hat. Es ist ein Witz. Die hatten Ehefrauen, Kinder, die haben alles zurückgelassen. Du würdest jetzt sagen, das darf man doch nicht. Eigentlich darf man das nicht. Das soll man auch nicht. Die sind dann später zurückgekehrt. Also die waren bei ihren Familien. aber sie haben ihr Geschäft zurückgelassen. Sie haben ihre Häuser zurückgelassen und es waren keine schlechten Häuser. Ich war in einem von denen. Man sagt davon, dass es ein Haus von Petrus ist. Es ist ein gutes Haus. Nach dem Fundament gesehen ist es ein gutes Haus gewesen. Großes. Die haben alles zurückgelassen. Jesus sagt, keiner, was zurückgelassen hat, keiner wird leer ausgehen. wird hundertfach zurückerhalten. Nicht umsonst. Nicht umsonst. Hier auf der Erde und in der zukünftigen Welt. Wir denken uns immer ja, ja, im Himmel. Dort wartet auf uns die Belohnung. Nein, hier und hier und jetzt. Nochmal, ich sage euch, Glaube ist in der Gegenwart. Hier und jetzt die Belohnung Gottes. Halleluja. Ich weiß es. Ich glaube daran. Ich rechne noch mit einer größeren Belohnung. Aber ich habe bereits das, was ich habe. Und das ist eine große Belohnung. Ich habe sogar Angst, davon zu reden. Man darf auch nicht davon reden. Dann werden die Menschen neidisch werden. Und Neid ist nicht so gut. Der Neid ist ein Verderben der Knochen. Der Neid bringt eine Krankheit mit sich. Die Bibel sagt, dass der Neid zum Bösen bringt und Unordnung schafft. Deswegen habe ich Angst, bei den Menschen diesen Neid vorzurufen, weil ich mir Sorgen mache um die Menschen. Ich möchte jedem ein Segen. Man sagt zu mir, stell mal ein paar Fotos drauf. Und ich sage nein. Stell mal irgendetwas auf deine Social Media drauf. Und ich sage nein. Es ist mir unangenehm und ich möchte nicht diesen Neid hervorrufen bei den Menschen. Und der Herr hat mir bis heute verboten, diese Dinge zu zeigen. Vielleicht wird die Zeit kommen und ich werde teilen. Aber die Belohnung ist riesig bei jedem, der dem Herrn dient. Hier auf der Erde. Das ist so wichtig, das zu sehen und das zu erkennen. Jugendliche, Gott gibt Belohnung. Wenn du dem Herrn dienst, dann ist das nicht umsonst. Niemals. Er belohnt hundertfach. Und wenn er sagt, dann ist das die Wahrheit. Das funktioniert. Aber du musst tatsächlich etwas aufgeben, um die Belohnung zu bekommen. du musst etwas zurück lassen. Wenn wir anfangen, irgendwelche Pfennig oder Cent zu zählen, 11,50 Euro, das kannst du vergessen. Wenn du die Stunden zählst, was du für Gott aufgebraucht hast oder für die Gemeinde, das ist kein Opfer. Man soll aufgeben, zurücklassen. Und so ein Opfer wird eine Belohnung haben. Immer. Halleluja. Schmecke es. Gott sagt, prüft mich. Er selbst bietet es dir an und sagt, du, prüf mich. Komm, komm, prüf mich. Und dann wirst du sehen. Nicht umsonst. Halleluja. Weißt du, also der Glaube, an das, dass Gott belohnt, ist ein sehr guter Glaube, wichtiger Glaube. Manche Menschen sagen, ich brauche keine Belohnung. Ich diene Gott aus Liebe. Genau solche Menschen leider, die haben keine Früchte. deswegen wissen sie, in den Himmel für sie nichts kommt. Und deswegen sagen sie, ich brauche keine Belohnung. Ich liebe Gott und das reicht mir. Nein, nein. Ein normaler Christ weiß, dass es eine Belohnung gibt. Er strebt nach dieser Belohnung und erwartet diese Belohnung. Apostel Paolo sagt, ich strebe nach Würde zu Ehre. Das ist nach der höchsten Ehre Gottes. Du kannst vielleicht sagen, willst du Ehre haben? Aber der Paul sagt, ja, ich will Ehre im Himmel haben. Ich möchte meine Belohnung haben. Amen. Und jeder, der auf der Erde etwas macht und arbeitet, der möchte ja einen Gehalt bekommen. Oder gehst du in die Arbeit ohne Lohn. Dann viel Spaß. Ich habe noch keinen einzigen gesehen, der in die Arbeit geht, ohne dafür in Lohn zu werden. Man stellt immer Ansprüche und sagt, ich bekomme zu wenig. Aber der Herr ist ein gerechter Arbeitgeber. Danke dir, Papa. Er ist ein würdiger Arbeitgeber. Amen. Er ein Gehalt und noch sogar ein 13. Gehalt. Halleluja. Danke dir, Und die Belohnung zeigt sich in verschiedener Art und Weise. Das Erste, was als Belohnung kommt, ist eine Offenbarung. Das ist wie eine Belohnung. Ich habe begriffen, dass Massen von Christen reden über die Offenbarungen, aber haben keine Offenbarungen. Sie haben keine Offenbarungen. Ich denke, Gott, wieso? Sie hören das Wort Gottes, können sie in 20, 30, 40 Jahre die Gemeinde gehen und das Wort hören, aber keine Offenbarung. Und ich frage Gott, wieso? Und eins kam das für mich wie eine Offenbarung. Du kannst in den Verstand von Menschen keine Offenbarungen rein stopfen. Jesus sagte, die, die Ohren haben, sollen hören. Also derjenige, der Offenbarung hat, der bekommt die Offenbarung. Der, der vor Gott ein offenes Herz hat und offene Ohren hat, dann wird die Offenbarung in seinen Verstand reinkommen, im Geist, und im Geist. Das ist eine Offenbarung. Und jemand ist gegeben, jemand ist nicht gegeben. Und du fragst Gott, wieso? Es ist ungerecht. Doch absolut ist gerecht alles. Denn Offenbarung ist eine Belohnung. Und jemand hat das jemand nicht. Amen. Hier gibt das und hier gibt das nicht. Hier ist alles da, aber hier ist nichts da. Wieso? Belohnung. Man braucht eine Belohnung. Ich rede über die realen Dinge heute. Gewissheit in Gottes Schutz, das ist eine Belohnung. Der Psalm 91. Wer unter dem Schutz des Höchsten Wohnt, der kann bei ihm den Mächtigen Ruhe finden. Millionen von Menschen zitieren diesen Psalm. Aber sie leben nicht unter dem Schutz des Herrn. Sie reden das einfach, plappern das auswendig durch, aber leben nicht unter dem Schutz. Eine Offenbarung über Gott seinen Schutz. Es ist heute sehr, sehr wichtig. Im 21. Jahr wird sehr wichtiger, noch wichtiger sein. Ich werde euch das nur als Beispiel vorbringen. Einst waren wir mit Lena in der Türkei. Wir sind dorthin geflogen. Und ich weiß nicht, wie es passierte, ich habe statt meinem Reisepass oder Pass von meiner Frau von der Tochter mitgenommen. Und so stehen wir an der Passkontrolle schon auf dem Rückweg. Und plötzlich schlage ich den Pass auf und stelle fest, dass es eigentlich nicht der Pass von meiner Frau ist, sondern von der Tochter. Ich verstehe, dass meine Frau jung ist, aber nicht so jung, um nicht unterscheiden zu können, dass es nicht 20-Jährige, sondern tatsächlich 45-Jährige ist. Und auch die Vornamen sind ja verschieden. Man muss echt blind sein, um das nicht zu erkennen. Und ich stand da und es hat mich richtig zum Lachen gebracht. Ich stand da und konnte mich nicht zurückhalten. Die Lena steht da und ist nervös. Aber ich habe so gelacht. Man muss sich Sorgen machen, aber mir ist nur lustig. Denn ich hatte in mir so eine Gewissheit, Überzeugung. Gott möchte für uns keinen Stress. Deswegen werden wir alle diese Kontrollen durchgehen. Der Stress wäre nicht klein. Die Polizei wäre bestimmt hergerufen. Dann hätte man einen Übersetzer vom Türkischen ins Deutsche rufen müssen. In der Zeit würde das Flugzeug wegfliegen. Und das Ganze wäre zu einem Stress geworden. Bestimmt. Aber weißt du, in dem Buch Malachi steht, in Kapitel 3, Vers 14, lass uns das bitte doch lesen. Nun, ihr behauptet, es bringt nichts, Gott zu dienen. Was haben wir schon davon, wenn wir uns nach seinen Weisungen richten und ihm zeigen, dass wir unsere Taten bereuen? Und jetzt der Vers 18, dann werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen einem Menschen, der mir die Treue hält und einem Gottlosen. Ihr werdet erkennen, welche Folgen es hat, ob jemand mit dient oder nicht. Und in dem Vers 16 steht, dann aber redeten diejenigen miteinander, die noch Ehrfurcht vor dem Herrn hatten. Und der Herr hörte ihnen genau zu. In einem Buch ließ er die Namen alle aufschreiben, die ihn achten und auf seinen Namen in Ehre halten. Und dann werdet ihr den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und Ungerechten, zwischen dem Dienenden und dem jenigen, der ihm nicht dient. Ihr sagt, es bringt nichts, Gott zu dienen. In der Lutherbibel steht, es ist umsonst, Gott zu dienen. Es gab solche Leute, die als ob Gott gedient haben. Und dann haben sie so zurück geschaut. Irgendwie sehe ich kein Wachstum. Auf meinem Konto ist nicht mehr geworden. Ich habe immer noch keine Frau oder kein Ehemann und so weiter. Und sie sagen, es ist umsonst. Ich bin umsonst in die Gemeinde gekommen. Es ist umsonst, dass ich hierher Geld gebracht habe. Es ist umsonst, dass ich gefastet habe. Alles umsonst. Aber die, Ehrfurcht vor dem Herrn hatten, sagen zueinander, sie sagen zueinander, der Herr hört ihnen zu. Der Herr hört das. Und vor seinem Angesicht wird ein Buch geschrieben. Über wen? Über die Philosophie? Über irgendwelche Theorien? Über die Menschen? Über die Menschen? Gott schreibt, Helene hat gedient viele Jahre dort, hier, hat sein Haus zurückgelassen, hat die Kinder zurückgelassen, fuhr in die Gemeinde zwei Stunden lang hin und zurück viermal in der Woche und zu Hause waren die Kinder und Gott schreibt alles auf, Arbeit, муж, Ehemann, aber sie dient, aufgeschrieben und es scheint so, Punkt und es ist vergessen, nein, 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 und so nach 10, 15 Jahren diese Lena steht an der Grenze mit einem fremden Pass und ihr droht ein guter Stress aber der Herr sagt, ich schließe allen die Augen zu sie braucht jetzt keinen Stress weißt ich hätte geglaubt wenn der türkische Grenzpolizist das nicht gesehen hat er hat mit seinen Kollegen sich unterhalten und so weiter und hätte vorbeigelassen aber dass ein deutscher Grenzpolizist das nicht gesehen hat weder Unterschied in den Fotos dann ist das schon ein Wunder von oben meine Freunde das muss ein Wunder sein ich stand da und hab mit Vergnügen geschaut was Gott so gemacht hat wir haben viermal unsere Pässe abgegeben und ich hab mir so gedacht wie wird das Gott diesmal machen der eine hat einen Kollegen bekommen bla 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 und auf Wiedersehen dem zweiten der saß da und hat in seiner Kabine hat sie sich angeguckt dann hat er in den Pass geschaut dann wieder auf sie dann wieder in den Pass und hat nichts gesagt und ich dachte oh Herr du machst nicht nur die Augen zu sondern du kannst auch den Mund zu machen er kann alles machen für die Vielfältigkeit der Wunder es gibt eine unsichtbare Welt es gibt Engel es gibt Engel diese Engel sind mit dir wenn du dem Herrn dienst denn es steht geschrieben die sind denen geschickt die dem Herrn dienen die dem Herrn dienen dem Herrn zu dienen ist nicht umsonst meine Freunde die dem herrn das ist nicht umsonst Ich kann noch viel erzählen wie Gott seine Leute belohnt aber ich möchte es nicht ich bitte dich einfach daran zu glauben nimm das an ein Dienst an Gott ist nie umsonst nie er schreibt sogar ein Glas mit Wasser auf und Gott hat gesagt ich gedenke an denjenigen der ein Glas Wasser meinen Propheten gegeben hat weißt du heute sind Massen von Menschen sie gehen nicht in die Gemeinde sie lesen keine Bibel aber sie haben ein Segen ich möchte das provokativ extra sagen und es gibt diejenigen die in die Gemeinde gehen sie lesen die Bibel aber haben kein Segen wie ist das so ist es so sind diese Menschen die eins was Gutes getan haben einen von den Menschen die wussten gar nicht davon aber Gott hat es gemerkt er hat es aufgeschrieben und segnet sie immer noch obwohl sie durch ihre Unkenntnis oder wegen der Dummheit nicht in die Gemeinde gehen sie lesen keine Bibel aber Gott segnet sie weil sie eins was Gutes getan haben und Gott sagt nicht umsonst sogar diese Menschen werde ich segnen und umso mehr diejenigen die die Gemeinde kommen und hören die Offenbarungen die forschen in der Bibel beten sie unterhalten sich in der kleinen Gruppe miteinander es ist uns sogar garantiert wir müssen sogar sehr sehr dafür sorgen damit wir kein Segen bekommen Amen Glaubst du lass uns aufstehen Pajalust grob verslavlение brate проход tiff berlin spasiba gespo zu krisch und geher für diesen dach wir leben unter dem schutz des hübschen du bist unser dach id die fantastis hop und die vertraue j ja hier par such in unserem leben dana die her wir können heute spüren erleben рассказыв haben darüber erzählt wie gut du bist zu denen, die vor dir erfeucht haben, vor den Menschen, die dir dienen. Deine Belohnung ist nicht in den Werken und deine Belohnung ist groß und wir preisen dich, Herr. Dein Wort ist die Wahrheit und wir freuen uns darüber, als dass wir ein großes Gewinn bekommen haben, diese Offenbarung über den Schutz, ein großer Gewinn in meinem Leben. Danke dir, Herr, für diese Freude, für diese stabile Zukunft und für das Glück, was stabil ist. Halleluja! Danke dir, Herr. Danke dir, Jesus. Das ist das Fundament von unserem Glück. Wir werden jetzt am Abend mal teilnehmen. Das ist toll. Danke dir, Herr. Danke dir, Herr. Danke dir, Herr. Danke dir, Herr. Danke dir, Herr.